Leute und herzlich willkommen auf Cloud is Red Ich will einen Daily Vlog genau dann gehe ich jetzt gleich laufen und melde mich gleich wieder So Leute ich bin jetzt losgelaufen und dann melde mich gleich wieder So Leute ich habe jetzt einen Kilometer hinter mir und melde mich dann gleich nochmal So Leute wie ihr seht bin ich am See angekommen So Leute So Leute So Leute So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt erklärt. Wir sind jetzt erklärt. Wir sind jetzt drüber die gigantische Aussicht. Wir sind jetzt erklärt. So Leute, ich habe jetzt zwei Kilometer hinter mir und werde ich dann gleich nochmal. So Leute, ich habe jetzt zwei Kilometer. Ich habe jetzt zwei Kilometer. So Leute, ich habe jetzt zwei Kilometer. So Leute, ich habe jetzt zwei Kilometer. So Leute, ich habe jetzt Zeit. Wie ich vorher gesagt habe, ich bin ein anderer Weg gelaufen, weil ich kurz beim Kumpel war und jetzt laufe ich wieder zurück. Genau und deshalb kommt euch die Runde so kurz vor und jetzt laufe ich den selben Weg wieder zurück und dann melde ich mich gleich nochmal. So, der Beweis, dass ich auf meinem Weg bin. Das hier ist das Zentrum von Konstanz. Also genau das hier ist Konstanz. Genau. Ich kann mir das überlegen, wie ihr wisst, für die Neuen, die noch nicht viel wissen. So, der Beweis, dass ich auf meinem Weg bin. So Leute, ich habe jetzt drei Kilometer hinter mir und mir lebe ich noch gleich nochmal. So Leute, ich bin wieder zu Hause, nach vier Kilometern genau. Und dann, ähm, das hat das Wort auf Claudius' Welt. Ich werde mich morgen wieder bis dann umschauen. Na ja, du bis encuentra Nice das hier in das Strafdienste Wohl. Bis zum nächsten Mal.